Jeden Tag Na, wie war's denn heute wieder? Im Büro mit Rosmarie. So geht es gar kein Tag aus. Ja, das Eifer, das vergisst sie nicht. Ja, mein Girl ist eifersüchtig, das zeigt sie mir jeden Tag. Sie sagt, sie will mich nie verlieren, weil sie mich so gerne mag. Ja, mein Girl ist eifersüchtig und ist auch noch ohne Grund. Sie glaubt, dass ich andere Mädchen habe. Einmal wird mir das zu bunt. Samstagnacht komm ich nach Hause, auf leisen Sohlen von der Bar. Da wird meine Lady munter und fragt mich wieder, wo ich war. Ich war in der Stammesrunde, doch das nimmt sie mir nicht an. Sie denkt schon wieder an das eine, dass ich andere Mädchen habe. Ja, mein Girl ist eifersüchtig und ist auch noch ohne Grund. Sie glaubt, dass ich andere Mädchen habe. Einmal wird mir das zu bunt. Ja, mein Girl ist eifersüchtig, das zeigt sie mir jeden Tag. Sie sagt, sie will mich nie verlieren, weil sie mich so gerne mag. Ja, mein Girl ist eifersüchtig, drum weiß ich, dass sie mich liebt. Denn ein altes Sprichwort sagt schon, wer nicht eifert, liebt nicht. Ja, mein Girl ist eifersüchtig, drum weiß ich, dass sie ihrμα ماются sei. Ja, mein Girl ist eifersüchtig, drum weiß ich, wie wir to Untertitelung des ZDF, 2020